Was verdient eine nähernden Bangladesch progenähten T-Shirt? Naja, also meins hat es 50 Euro gekostet. Ich glaube 30 Euro. Keine Ahnung. Würde ich. Ne. 4 Euro. 3 Euro. 5 Euro. 50 Cent. Keine Ahnung. Vielleicht 50 Cent. 30 oder 40 Cent. 25 Cent. 12 Cent. 10 Cent. Tatsächlich sind es weniger als 3 Cent pro T-Shirt. Du kaufst mehr als du denkst. Denk dabei auch an die Näheren.